Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit der Co-Profit Plus, Ihrer persönlichen Profitierkarte, können Sie viel Geld sparen. Nicht nur in Ihrem Co-Pladen, auch bei unseren Tochter- und Partnerunternehmen profitieren Sie von Vergünstigungen und Sonderangeboten, die exklusiv für Karteneinhaber gültig sind. Ein Vergleich vor dem Posten lohnt sich also in jedem Fall. Ein besonders günstiges Angebot kommt diese Woche auch aus unserer Blumenabteilung. Es sind schöne Geranien aus Schweizer Kulturen, in verschiedenen Sorten und Farben und das Stück kostet nur 2 Franken. Wenn Sie Ihre Geranien vom letzten Jahr nicht überwinteren konnten oder wenn Sie Ihre alten Bestände ersetzen oder ergänzen möchten, empfehle ich Ihnen also möglichst schnell einen Besuch im nächsten Co-Pladen- oder Gartencenter, damit Sie das einmalige Angebot nicht verpassen. Beim Umtopfen sollten Sie daran denken, dass diese Pflanzen für eine gesunde Entwicklung genug Platz brauchen. In dieser 80 cm Kiste zum Beispiel hat es gut Platz für vier Geranien. Und wenn Sie für das Umtopfen unverbrauchte Erde, wie unsere spezielle Geranienerde benutzen, werden Sie von den Pflanzen mit reicher Blüte belohnt. Die Auswahl und das Zusammenstellen von den Pflanzen ist zwar immer eine Frage vom persönlichen Geschmack. Je nach Standort kommen aber hellere oder dunklere Blüten besser zur Geltung. Setzen Sie darum auch ein bisschen Kontrast, kombinieren Sie und wählen Sie vielleicht auch einmal ein besonders dekoratives Pflanzengefäss. Die Pflege der Geranien ist übrigens einfach. Während des Wachstums leicht feucht halten, nachher zunehmend gießen. Und wenn Sie sie ein- bis zweimal pro Woche düngen und die verwelkten Blüten immer entfernen, werden Sie viel Freude mit diesen prächtigen Pflanzen haben. Voller Energie geht es jetzt weiter im Markenfenster mit einem Spot von EMI. Es ist magisch. Komm mit in die faszinierende Welt von Frisco Xtreme. Frisco Xtreme. Die Gorne mit der wunderbar knusprigen Waffel. Die einzigen mit dem zacht schmelzenden Pralinespitz. Xtreme. Die Gorne von Frisco. Auch Neuheiten kann man diese Woche wieder in unseren Läden entdecken. Zum Beispiel ein Kaugummi von Stimorol, wo er frischend nach Gräbfrut schmückt. Er heisst Pink Grape von Stimorol und ist mit zahnschonendem Xylitol statt mit Zucker gesüsst. Und damit der fruchtige Kaugummi auch richtig lang anhebt, gibt es ihn gerade im Multipack von 5 x 12 Trages. Aus biologischer Landwirtschaft kommt die erste Bergkräutermischung von Gop Naturaplan. Auf einer Höhe von über 900 Metern werden aromatische Kräuter von Walliserbergbauern angebaut und von Hand gepflückt. Die Mischung aus Majoran, Basilikum, Pfeffermünz, Salbei usw. eignet sich für Salate, Soße und verschiedenste Gerichte. Und wird regelmässig von der Bio-Sauce kontrolliert. Auch Armin Amain braucht in seiner Küche meistens aromatische Kräutchen. Mal schauen, was heute auf dem Programm steht. Es ist ein köstlicher Salat, der sich als Vorspeiss oder auch als kleine Wohlzeit eignet. Grüezi miteinander! Je nach Saison verschiedene Blattsoläute waschen und rösten und auf Teller anrichten. Dann einen Sausen aus Olivenöl, Rotweihessig und Balsamico, Senf, Gewürz und eine Kräutermischung anrühren. Prober so einen Dom. Ich habe euch jetzt einen Dom Bruyere genommen. In einer Banade aus Ei, Pfeffer und Salz und fein gehackten Baumnüsse wenden. Nüsse gut andrücken und der Dom im heissen Anken auf beiden Seiten ein paar Minuten braten. Jetzt den Salat mit der Soße beträufeln. Der Dom mit Meti platzieren und sofort servieren. Zu diesem feinen Salat passt am besten ein Stück Weisbrot und das Rezept könnt ihr wie immer in der Kopzeitung nachlesen. Viel Vergnügen beim Ausprobieren! Ausser dem Rezept finden Sie diese Woche wieder zahlreiche Aktionen in der GOB-Zeitung. Da wie immer ein paar Beispiele. Weisse Spargel aus Spanien kosten per Bund 7,90 Euro. Und 2 kg Instant-Eistee für 20 l Tee kommen Sie für 9,90 Euro über. Mit der GOB-Profit-Karte gibt es 5 Paar Avela-Strumpfhosen für 3 Franken. Und Geranien aus Schweizer Aufzucht in verschiedenen Sorten und Farben gibt es bis am Samstag für 2 Franken. Sie wissen ja, GOB-Profit-Plus vorzeigen, sofort profitieren! Auf was man alles so schauen muss beim Umtopfen von diesen Geranien, hat Ihnen am Anfang ja schon der Herr Debrunner gezeigt. Auch ich bin für heute am Schluss. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen!